So einfach und bequem funktioniert die Einmalanwendung mit LamySeal Once. Nach dem Duschen zunächst beide Füße sorgfältig abtrocknen. Den Sicherheitsverschluss der Tube öffnen und pro Fuß jeweils eine Hälfte der Tube gleichmäßig auftragen, aber nicht einmassieren. Zuerst wird der Fuß behandelt, der die stärkeren Symptome aufweist. Dafür wird die erste Hälfte des Tubeninhalts zwischen, auf und um die Zehen verteilt, sowie auf der gesamten Sohle und den Fußseiten, bis ca. 1,5 cm hoch. Der zweite Fuß wird mit der anderen Tubenhälfte auf die gleiche Weise behandelt, auch wenn er keine Sicht- oder spürbaren Symptome aufweist. LamySeal Once zwei Minuten einwirken lassen. Danach die Hände gut waschen, um eine Übertragung des Pilzes auf andere Körperteile zu vermeiden. Die Füße 24 Stunden lang nicht waschen. Die leere Tube nach der Behandlung entsorgen. Fertig. LamySeal Once nur ein einziges Mal auftragen und der Fußpilz wird bekämpft. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke.